Ich bin an einem der mächtigsten Berge und steig ihn tapfer hinauf. Auf meinem Rücken, da hab ich ein Baby, das ich dort teuer verkauf. Es ist geklaut. Ich hatte einmal einen ehrlichen Job, doch der war ganz sicher nicht leicht. Doch wenn ich das hier schaff, bin ich reich. Ja, 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 immer höher, immer weiter, bald ist es vorbei. Niemand hält mich jetzt mehr auf, nicht mal die Polizei. Entweder arm und gefangen oder reich und frei.